Es ist nicht nur ein historisches Kollege eine solche Ausstellungsöffnung, sondern sie hat auch tatsächlich und leitet eine Agenda für das Hier und Heute für die Zukunft ab. Alle, die sich einig sind und gedenken an gestern, müssen genauso einig sein in den Handlungen für die Zukunft, was das für uns alle hat. Herr Ministerpräsident, Sie und ich, wir haben Nationalsozialismus mit Ende. Wie wirkt das? Erschreckend, bedrückend und immer der Verlust von jeder Form von Menschlichkeit und Humanität, dass es wichtig ist, nicht nur das Gedenken daran wachzuhalten, nicht nur an jeden Einzelnen zu denken, sondern genauso Entschlossenheit zu sein im Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Faschismus heute. Wie wichtig ist diese Ausstellung? Die Ausstellung ist ganz wichtig, weil sie zeigt, wie alles begann, wie der Schrecken der Konzentrationslager begann und auch dieses klare Signal, dass mit dem Zeitpunkt der Massenmord losgeht. Wer unsere Freiheit herausfordert, der muss mit unserem ganzen Engagement rechnen. Und deswegen gebe ich ihm auch ein Schutzversprechen ein. Die Bösen werden nicht gewinnen. je bin der Schrecken, wie die die Kinosangenmord losgeht. Das geht nicht wahr, wir feilen Sie ein. Untertitelung des ZDF, 2020